Alter, was machst du da? Ich packe meinen Koffer. Wir sind schön, aber dafür können wir nichts. Weder lesen noch schreiben oder uns was merken. Deswegen spielen wir jetzt Ich packe meinen Koffer. Die Regeln sind aber doch wieder ein bisschen anders. Und zwar dürfen wir uns nicht die Sachen selbst ausdenken, sondern wir haben hier ganz viele Zettel mit diesen ganz vielen Zetteln ziehen wir die Zettel und da stehen Begriffe drauf und diese Begriffe werden Hey, du darfst sie nicht anfassen. Ich muss sie mischen. Und ihr werdet sehen, was passiert. Viel Spaß dabei. Wir wissen doch eh, wer gewinnt, oder? Dann lassen wir es. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Die Folge kann nur schlecht werden. Wer fängt an? Ich fang an. Los gehts. Ich packe in meinen Koffer Baby Popo Creme. Okay, weg. Tolles Wort hast du dir ausgesucht. Danke. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Baby Popo... Weg da mit dem Zettel. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Weg mit dem Zettel. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Baby Popo Creme und Muschi Bubu Licht. Hast du auch richtige Wörter? Ich packe meinen Koffer Baby Popo Creme, Muschi Bubu Licht und eine Fusselrolle. Ich packe meinen Koffer und nehme mit dem Zettel. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Baby Popo Creme und eine Fusselrolle und ein iPhone X. Ich packe meinen Koffer mit dem Zettel. Ich packe meinen Koffer mit dem Zettel. Da ist der Sieg. Da ist der Sieg. Übrigens, wir machen das jetzt auch noch ein bisschen spannender. Man muss innerhalb von zehn Sekunden antworten. Zehn. Neun. Baby Popo Creme, Muschi Bubu Licht, Fusselrolle, iPhone X und die Lochis Konzertkarten. Die Lochis Konzertkarten. Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Baby Popo Creme. Ich nehme mit meinem Muschi Bubu Licht meine Fusselrolle, mein iPhone X, die Lochis Konzertkarten und, oh das waren zwei, und meinen Reiskocher. Oha. Ich nehme mit die Baby Popo Creme, Muschi Bubu Licht, den... Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Die Fusselrolle, das iPhone X, die Lochis Konzertkarten, den Reiskocher. Wow. Und? Pupspray. Pupspray? Pupspray. 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 Oh falsch. Ich packe meinen Koffer, nehme mit Baby Popo Creme. Ich nehme mein Muschi Bubu Licht mit. Ich nehme meine Fusselrolle mit, mein iPhone X, die Lochis Konzertkarten, meinen Reiskocher. Pupspray nehme ich natürlich mit und packe noch ein... Warum kommen denn eigentlich nur meine Dinger hier? Mein Bibi Blocksberg Schlüpfer. Oha. Ich packe meinen Koffer einmal die... Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Baby Popo Creme, das Muschi Bubu Licht. Die Fusselrolle, das iPhone X, die Lochis Konzertkarten. Und danach... Zehn. Neun. Acht. Sieben. Den Reiskocher. Dann war wieder ich dran mit dem Pupspray. Und dann warst du dran mit dem Bibi Blocksberg Schlüpfer. Und dann die Taschenlampe. Taschenlampe. Ja. Zehn. Ich packe meinen Koffer, nehme mit mein Baby Popo Creme. Ich finde übrigens gut, dass wir kürzere Videos machen wollen. Ja bestimmt. Baby Popo Creme, mein Muschi Bubu Licht, mein Fusselroller, mein iPhone X, meine Lochis Konzertkarten, mein Reiskocher, mein Pupspray, meine Bibi Blocksberg Schlüpfer, meine Taschenlampe und ein Flügelbinder. Was ist ein... Ja, ein Flügelbinder. Ich packe meinen Koffer, ähm, Baby Popo Creme, Muschi Bubu Licht, die Puzzle Rolle, das iPhone X, die Lochis Konzertkarten, Reiskochen, Pupspray. Oh Gott, dann warst du wieder dran, den Bibi Blocksberg Schlüpfer. Taschenlampe. Oh, was hast du gerade gesagt? Zehn. Neun. Acht. Den Flügelbinder. Und einen Backenzahn. Einen Backenzahn. Ich packe meinen Koffer, nehme mit meine Baby Popo Creme, mein Muschi Bubu Licht, mein Fusselroller, mein iPhone X, meine Lochis Konzertkarten, mein Reiskocher, mein Pupspray, meine Bibi Blocksberg Schlüpfer, meine Taschenlampe, mein Flügelbinder, mein Backenzahn und eine elektronische Zahnbürste. Sehr gut. Ich... Wir gehen auf fünf Sekunden. Ne, 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 ne. Doch. Ich packe in meinen Koffer die Baby Popo Creme, das Muschi Bubu Licht, die Fusselrolle, das iPhone X, die Lochis Konzertkarten, das... Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und wir haben einen offiziellen Sieger mit dem Reiskocher, gewinnt Christopher Kohn. Der verdammter Reiskocher. Das erste, ich packe meinen Koffer, battle aller Zeiten. Herzlichen Glückwunsch. Du bist ein guter Computer. In diesem Sinne, Freunde der Sonne, wenn euch unser Video gefallen hat oder wenn euch neue Ideen auch einfallen, neue Ideen für jeweilige Spiele, äh, ein Bauchwegschlüpfer wäre noch dabei gewesen. Könnt ihr, neue Ideen für Spiele könnt ihr hier drunter kommentieren. Ansonsten abonniert uns, liked uns, aktiviert die Glocke und vor allem teilt unsere Videos auf Facebook und Twitter, dann wird das ja alles noch fetter und größer, noch fetter als wir beide schon nebeneinander sowieso sind. Euer. Ja. Vielen Dank.